Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Narkose läuft über die Kanüle in seine Vene Willst du mir nicht endlich sagen, was du diesmal baust? Ich baue ein Gerät für Sterbehilfe Machen wir das nicht vielleicht besser nachts? Wäre jedenfalls unauffälliger Sie sind 140 gefahren, das macht 750 Schäkel Gut, ich drücke ein Auge zu, fahren Sie weiter Ich mein's ernst, Sie können fahren Sie haben ihn sehr geliebt, nicht wahr? Nicht jeder hätte getan, was Sie für ihn getan haben Es soll nur jemand meiner Frau helfen Sie ist sterbenskrank Lungenkrebs Was soll ich deiner Meinung nach tun? Du sollst zu ihm gehen und sagen, dass du vielleicht ein Mörder bist Aber keinesfalls ein Serienmörder Was ist bloß los in diesem Haus? Sind ihr alle verrückt geworden? Jetzt ist die Maschine an mir zugrunde gegangen Was ist diesmal? Sie haben telefoniert Nie im Leben Hallo, Papa ler Einen Untertitelung des ZDF, 2020